Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge von The Secret of Monkey Island. Wir sind hier in der Skamba und reden mit dem Chefkoch und wir fragen ihn mal, wo wir ein Schiff herkriegen. Wo kann ich ein Schiff bekommen? White Smiling stands in your Schiffyard. Same as everybody else. Tell them I send you. We're old friends. Willst du mich begleiten? Will you join me? Äh, alas, I can't go to see. An old war injury. Ich bin sicher, dass du das verstehst. Hol mir einen Drink. Hol dir euren Drink. Warte, ich bin weg. Glückwunsch. Be sicher, deine Mitteln und deine Galaschen zu tragen. Und nicht vergessen, zu schreiben. Tschüss, jetzt. Oh, toll, da weiter. Hey, da ist schon wieder Fleisch. Gehen wir wieder mit. Den Eintopf brauchen wir nicht. Jetzt boiling hart. Da ist das Fass mit Grog. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Das ist mein Lieblingscharakter aus Monkey Island. Was ist denn das, Stan? Jeder wird gleich wissen, warum. Handelsplatzvögel braucht die Schiffe. Das sieht ja auch nicht besser aus. Ich will dir ein Gespräch machen, mit dem du glücklich bist. Denn wenn du nicht glücklich bist, dann bin ich glücklich. Aber ich weiß, dass du hier glücklich bist heute. Wie weiß ich das? Schau mal an alle diese船ien. Ich habe etwas für alle. Komm, schau mal an. Nein. Also, sag mir. Was interessiert du heute? Let me see the best ship you've got. Hey, it's nice to meet a man who appreciates quality. I've got just the boat for you. Walk this way. Now this, this is a ship fit for a king. I mean, we're talking 15 staterooms, a fireplace in every one. We're talking two pools, one indoor, one outdoor. We're talking rotating ballroom. We're talking heated crow's nest. We're talking 200 feet of ocean going decadence. And all for one low price. Speaking of price. Let's talk about money. Your money. Actually, I was hoping to get one on credit. Sorry kid. Neither a borrower nor a lender be. That's just old Stan's philosophy. If you've got a job, the storekeeper in town might extend you some credit. Then we'd have something to talk about. Unless, of course, you've already got some other means of financing. Money is no object. Well, it is with me. How much you got? I have 371 pieces of aid. I think we must be talking about completely different ships here. You've obviously been out of the ship market for quite some time. I doubt you're carrying enough cash on you for this transaction. You wouldn't happen to have any other means of financing, would you? All I have is this rubber chicken. Is it one of those rubber chickens with a pulley in the middle? I've already got one of those. You wouldn't happen to have any other means of financing, would you? On second thought, this may not be the ship for me. Of course it isn't. You're looking for a much bigger boat. I can tell. So, what else can I show you? I don't really have that much to spend. Have no fear. Every ship I sell is a bargain. But if you're looking for a real steel, I've got just the boat for you. Walk this way. This here is the famous Sea Monkey. The only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say, anything. You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like many before, to find the legendary secret of Monkey Island. And like many before, they disappeared forever. Their fate? A mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard. Some claim it was sailed back by a crew of chimps. Chimps? There aren't any chimps in the Caribbean. Oh, shut up. It makes a good story. Anyway, this baby's mine now. That is, until someone makes me an offer. How much would you like to spend? Uh, second thought, this may not be the ship for me. Okay, but I tell you, I got a feeling you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. Oh, so, what else can I show you? Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, sure, think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. I forgot to give you my card. And here's something else to remember me by. A compass? An extra-strong magnetic compass. With your picture on it. That's right. It always points directly back here. So if you're looking for a good deal, you know where to go. I'll be right here, when you come back. But I can't guarantee that any of these ships will... Right. They're moving fast today. Yes sirree. Can't hardly keep anything in stock. He'll be back. Gib Ruhe, man, du Nervenseche. Es ist ja schlimmer als jeder andere. Die Quasselstrippe. So, wir gehen mal ins Dorf. Und zum Gemischtwarenhändler. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Apropos, wir gucken jetzt erstmal, was haben wir denn da gekriegt? Okay, wir siebenkarte. Wir haben einen Fleischhaufen. Wir haben ein paar Becher. Supi. Dann mal auf hier. Klack, 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 klack. Die sind immer noch da. Wir gehen an. Ringbell für Service. Es lebt niemals nicht. Ein Schritt von der Kälte für zwei Sekunden... ... und einige Idioten, den Brot zu früh! Das schütteln. Der Blackmail sagt, du kannst in die Zunge, von der Seite fahren. Was willst du? Ich bin interessiert, eine Kredite zu verkaufen. Du bist, oder? Hast du einen Job? Ja, natürlich mache ich es. Alles klar. Ich bekomme eine meiner Kredite und wir füllen sie. Was ist da jetzt passiert? Der geht nämlich an den Tresor. Zwei links, drei rechts, zwei links, eins rechts. Zwei links, drei rechts, zwei links, eins rechts. Ich bin groggurgelnder üble Pirat. Ich bin groggelnder üblemer Pirat. Fäulemmer, ja. Groggelnder üblemer, vielleicht. Aber ein Pirat? Huch, mach mich nicht lachen. Komm zurück, wenn du ein Tattoo hast, oder ein Päckleck, oder zumindest ein Eiepatz, um zu kreieren. Ich kann ja jedes Mal die Musik angehen, wenn das Ding aufgeht. Was noch willst du? Könntest du mal nach dem Schwertmeister gucken? Ich schaue nach dem Schwertmeister von Melee Island. Ja, ich werde wieder nach dem Schwertmeister fallen. Oh, bitte. Ich werde das nicht nötigen, ich versuche. Hm. Ich glaube, ich könnte den Weg über da. Wieder. Ich bin gleich zurück. Ich habe meine Augen auf dich, Weaselboy. Mach nichts. Schieben! So, wir gehen mal da hoch. Zum Tresor. Und dann ziehen wir mal. So, dann... Schieben, 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 schieben. Ziehen, 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 und schieben. Hm. Es ist nichts drin, außer dieser Noten. Was ist das? Was steht da drauf? Ich, der guten und herzlichen Schleuchter, nehme ich hierbei die Verpflichtung für die Schulden der Behrer dieser Noten für irgendwelche Höhe von 5.000 Stück von 8. 5.000 Goldstücke, nicht schlecht. 5.000 Goldstücke, damit holen wir uns jetzt ein Boot. Wir brauchen ein Boot, wir brauchen ein Boot, wir holen uns ein Boot beim Stan. Ich mag den Stan aber nicht, das ist ein kleiner Nervensäge. Da kann man aber nichts dagegen machen. Nehmen wir doch einfach das hier, das reicht doch. Sind doch eh alleine. Außerdem stehen da auch noch ein paar. Wo sind überhaupt die ganzen anderen Piraten hin? Die Schweine. So. Der Stan zieht uns sowieso über den Tisch. Ist eigentlich egal, wie viel Geld wir ihm geben, wir kriegen eh nichts Gescheites. Neues Ship Emporium. Wie? Wie? Schön, dass du dich wiedersehen. Ich wusste, dass du zurückkommst. Jeder macht das. Wisst ihr, warum sie zurückkommen? Schau mal an alle diese Schiffe. Ich habe alles für alle. Komm, schau mal. Schau mal an. Nicht schon wieder. Also, was noch könnte ich dir zeigen? Der Sea Monkey hätte ich noch mal. Gerne. Könnte ich den Schiffe wieder sehen? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Nur kannst du sie nicht aus deinem Gehirn, kannst du? Nee. Walk this way. Ich wollte überspringen. Oh, es geht nicht. Hard to stay away from a good mystery, isn't it? What kind of price range were you thinking of? Ich habe eine Bürgschaft vom Gemischwarenhändler. Ich habe ein Kredit von der Storekeeper. Will du es? Hey, of course. Ihr Kredit ist immer gut an Stens. Es geht nicht um, wenn du in der Vergangenheit hast. Divorce? Chronic Gambling Mishaps? Ich meine, wer bin ich zu judge? Wenn der Storekeeper glaubt ihr genug, zu geben dir ein Kredit, dann musst du ein Honest Man mit ein Steady Income. richtig? Äh, richtig. Lass uns auf die Brass-Tag kommen, bitte? Ich weiß, dass du es willst. Du weißt, dass du es willst. Und ich weiß, dass du es weißt, dass ich es verkaufen will. Also... Welche denken Sie, dass es wert ist? Du könntest dieses Puppet heute für nur 10.000 Stück von Eid. Wie klingt das zu dir? Ich möchte dir ein Angebot machen. Ich möchte dir ein Angebot machen. Great! Wie viel? Great... 3.000. Wie klingt das 3.000 Stück von Eid? Ringen wir über Extras. Ringen wir über Extras. Extras? Willst du zu sprechen? Extras? Great! Dieses Baby ist mit Extras. Zum Beispiel... Ich glaube ich kann ohne diesen Müll leben. Ich glaube ich kann ohne diesen Müll leben. Okay... Aber nicht schuldig auf mich, wenn du in ein Eisberg oder so... Aber warte! Es gibt noch mehr! Wollte ich dir über den Anti-Lock-Anker erzählen? Ich glaube ich kann ohne diesen speziellen Müll leben. Sicher! Sicherheit in den Wind! Aber warte! Es gibt noch mehr! Einen Scheiß brauche ich auch nicht! Ich glaube ich kann ohne diesen speziellen Müll leben. Ich glaube ich kann ohne diesen Müll leben. Barely... Aber warte! Es gibt noch mehr! Ich habe dir über die Velour-Sale-Kavers. Geh mir nicht auf die Eier! Es genug über Extras. Okay, wo waren wir? Ich möchte dir einen Offer machen. Great! Wie viel? Okay, 5.000! Aber das ist meine letzte Offer. Das ist ein bisschen mehr als das. Aber nicht viel. Ich weiß, dass du es schwerer probierst. Sag mir nur, was würde es dauern, dich zu diesem Schiff auswählen? Heute! Ich möchte dir einen Offer machen. Great! Wie viel? Ich möchte 2.000 Schiff aus 8.000. Ich glaube wir arbeiten hier in der falschen Richtung. Ich weiß, dass du es schwerer probierst. als das. Du merkst, nicht wahr? Du merkst, nicht wahr? Dass sie einfach nicht mehr so machen. Aber ich möchte dir einen Offer machen. Ich bin nicht mehr. Great! Great! Na gut, 4.000. Okay, okay. 4.000 Schiff aus 8.000. Das ist ein bisschen mehr als das. Aber nicht viel. Ich weiß, dass du es schwerer probierst. als das. Freund, du kannst mir die Wahrheit erzählen. Es ist die kleine Frau, nicht wahr? Du bist Angst, was sie sagen wird, wenn du mit einem neuen Schiff nach Hause kommst. Keine Ahnung, du bist nicht so dumm. Halt zu ihr! Sie wird dich für ihn respektieren. Und wenn sie dieses Schiff sieht, wird sie dich für ihn lieben. Vertraue mir. Ich möchte dir einen Offer machen. Wir können nur noch 5.000 sagen. Alles andere ist doch schon... Okay, 5.000, aber das ist meine letzte Offer. Das ist ein bisschen mehr als das. Aber nicht viel. Ich weiß, dass du es schwerer probierst. Ich verstehe nicht. Ich dachte, du wärst in diesem Schiff interessiert. Vergiss es. Ich brauche dieses Boot trotzdem. Jetzt warte einen Moment. Ah. 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 Entschuldigung, Stan, aber ich bin weg. Entschuldigung, Stan, aber ich bin weg. Entschuldigung, Stan. Ich bin weg. Klar, klar, klar. Überraschend. Ich will nicht, dass du nicht pressen fühlst oder was. Bis jetzt. Was soll ich denn machen? Did I already give you my card? Here. I'd better give you another one, just in case. Thanks. Ich brauche das Boot. Ich brauche das Boot. Howdy. Ich wusste, dass du zurückkommst. Ich wusste, dass du das kleine Schönheit aus deiner Meinung zu bekommen würdest. Komm schon. Komm schon. Let's go take another look at her. Gib mir jetzt endlich für 5.000. Sonst hau ich dich. Ich schub sie ins Wasser. Let's get down to Brasstag, shall we? Ich lasse, dass du es für ein bisschen nach dem Harbour rauskommst. Aber unsere Insurance Company won't let us. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich würde dir einen Offer machen. Great. A great. Oh man. 5.000. Und das ist meine letzte, letzte Offer. Das ist noch nicht genug Geld. Inflation arbeitet in der anderen Richtung, du weißt? Ich bin auf deiner Seite, Freundin. Es ist mein Boss, der der echte Miser. Vergiss es. Ich brauche dieses Boot trotzdem. Jetzt warte einen Moment. Nicht verrückt. Ich bin sicher, dass wir etwas ausarbeiten können. Vielleicht bist du recht. Natürlich bin ich. Jetzt, wo waren wir? Oh ja. Ja. Vielleicht hast du nicht das Gefühl, dass es das einzige Schipflot auf der Irlande ist. Gib mir das scheiß Boot. Was denkst du es wert? Du könntest dieses Puppet heute für nur 6,600 Stück von 8. Wie klingt das zu dir? Immer noch zu viel. Jetzt ist es auf jeden Fall schon besser geworden. Ich möchte dir einen Offer machen. Great. Wie gut. Ich möchte 2.000 Stück von 8. Ich denke, wir arbeiten hier in der falschen Richtung. Ich weiß, dass du etwas schwerer probierst. Nichts mehr als das. Ich denke nur an meinen Kinder-Education-Fonds hier. Ich möchte dir einen Offer machen. Great. Great. Wenn ich dieses Great höre. Ich würde trotzdem gerne 2.000. Das ist trotzdem nicht genug Geld. Inflation arbeitet in der anderen Richtung, du kennst. Dresden, du musst mir einen sehr großen Offer machen, du kennst. Ich würde dir einen Offer machen. Great. Wie viel? Du hast 3.000 Stück von 8. Das ist ein bisschen mehr als das. Aber nicht viel. Ich weiß, dass du schwerer probierst als das. Dresden, du musst mir einen sehr großen Offer machen, du kennst. Ich würde dir einen Offer machen. Great. Wie viel? Okay, okay. 4.000 Stück von 8. Das ist ein bisschen mehr als das. Aber nicht viel. Ich weiß, dass du schwerer probierst als das. Sehr schnell musst du mir einen sehr großen Offer machen, du kennst. Ich würde dir einen Offer machen. Great. Wie viel? Wie viel? Wie viel? War ich schon 4.000 Stück von 8? Das ist trotzdem nicht genug Geld. Inflation arbeitet in der anderen Richtung, du kennst. Sehr schnell musst du mir einen sehr guten Offer machen, du kennst. Nein, ich möchte dir einen Offen machen. Great, wie viel? Gib mir das scheiß Boot. Okay, 5.000, aber das ist meine letzte Offen. Das ist ein bisschen mehr so. Aber nicht viel. Ich weiß, dass du es schwerer als das versuchen kannst. Sehr schnell musst du mir eine sehr gute Offen machen, du kennst. Ich möchte dir einen Offen machen. Great, wie viel? 5.000, und das ist meine letzte Offen. 5.000 Schleifte? Okay, okay. Na endlich. Es tut mich, aber okay. Und ich dachte, ich werde meinen Kindern Weihnachtspresen dieses Jahr geben. Just take it out of here. Ich bin glücklich, dass ich es ausfüllen kann. Oh ja. Hast du die Noten von dem Lieblingscharakter an dir? Jetzt weißt du wahrscheinlich, warum das mein Lieblingscharakter ist. Kommt, sei leis. Kommt, halt, halt den Rand. Halt einfach den Rand. Wir sehen uns auf dem Dock und nicht vergessen, dass du deine Crew. Alle drei von ihnen. Wer ist hier der Trottel? Ich habe nichts gezahlt dafür. Du bist hier der Trottel. Der Trottel. Was steht da? Ich habe das Land. Kannst du es glauben? Ich bin auf einer langen Vacation, um ein paar kurzen Geld zu spenden. Arrivederci, Baby. Bleib. So, und dann gehen wir nirgendwo hin. Wir bleiben hier. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge schauen wir dann, dass wir unsere Crew auf die Beine kriegen. Wir hätten da ja noch den Kanonenkugelboy, mit dem wir bisher noch nichts anfangen konnten. Dann die Schwertmeisterin stand ja im Tipp. Und ansonsten läuft ja eigentlich nur noch der Otis rum. Der aus dem Gefängnis, den wir da noch rausholen könnten. Den schauen wir uns auch nochmal an. Genau. Dann, danke. Lass mir bitte einen Like und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.